. 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 Dann muss ich euch jetzt helfen. Ich habe den bösen Hexen meine Zaubertricks vorgeführt. Und die haben gedacht, ich wäre ein mächtiger, schrecklicher Zauberer. Viel mächtiger, als sie es je waren. Sie hatten Angst. Aber ich hatte Angst vor ihnen. Stroh von der Vogelscheuche. Na daraus werde ich wohl gerade etwas verstanden zaubern können. Schau, ein Zaubertrank. Wer diesen Zaubertrank bringt, der wird mutig. Wer ist mutig genug, den Löwen einen Zaubertrank zu bringen? Und ich weiß nicht, ach, da, du schaust wahnsinnig. Aber die anderen haben uns noch Angst vor, dass ich ihn ausgehe, weil ich selber mutig werden wollte. Du gibst dem Löwen diesen Zaubertrank und sagst ihm, damit wird er mutiger als jeder andere Löwen. Ja? Das ist es wunderbar. Ein Lebkuchenherz. Ein Lebkuchenherz für Blechmann. Ich werde jetzt meine Sack... Ach, Moment. Doro wollte einen Weg nach Hausern. Ja. Das machen wir da. Und dann können Sie und Toto mit mir mitfliegen. Zurück in die Menschen. Okay, macht ihr das? Ja. Wunderbar. Dann werde ich jetzt meine Sachen packen. Und mich flutbereit machen. Und ihr geht schon mal in die Zukunft. Ich werde jetzt meine Sachen packen.